Wir präsentieren den neuen WORX Sony Crafter, jetzt ohne Kabel noch bequemer. Dank Hochfrequenz-Schwingungstechnologie ist der neue Sony Crafter das perfekte Werkzeug für die unterschiedlichsten Anwendungen. Wie dem Schneiden von Plastik oder Metall. Für viele andere Aufgaben unersetzlich. Wie zum Beispiel beim bündigen Sägen von Holz und sogar Schrauben und Nägeln. Wie würden Sie einen solchen Schnitt mit einem anderen Elektrowerkzeug machen? Wie würden Sie dies schaffen, ohne einen Sony Crafter? Das Kürzen von Türstöcken ist immer schwierig, wenn man keinen Sony Crafter hat. Der Sony Crafter ist auch ein hervorragender Handschleifer. Der an Stellen hinkommt, die herkömmliche Handschleifmaschinen nicht erreichen. Er ist ideal, um alte Teppich- oder Linoleumböden zu entfernen. Auch Fliesenfugen werden im Handumdrehen entfernt. Auch geeignet zum Entfernen von Fliesenkleber. Der Sony Crafter ist das beste Werkzeug zum Anlegen von Wandauslässen für elektrische und sanitäre Installationen.